Wir erklären Rollo Derby mit Ivy und Rosita und mir Superlion Derby spielen. Weiterhin sehen wir den Track, der ist so mobalförmig, wir haben am Boden aufgezeichnet. Eigentlich stecken wir die grössere Stärke. Der ist ungefähr 16 Meter lang und ungefähr 8 Meter breit. Und ungefähr 8 Meter breit, gut. Und wo starten wir? Also starten! Das hier ist eine Startlinie, die eine schleimere Linie ist. Und die andere Linie ist die Pivotlinie. Sie sind vom einen Team, ich bin vom anderen Team und mein Ziel ist, an diesen 2 von euch zu kommen. Lass dich! Lass dich! Wir fahren weiter. Lass! Ahhhhhhh! Ja! Ja! Wir fahren weiter. Habe ich geboten? Nein, nein, nein. Geht noch 10 Minuten. Ich muss einmal... Und jetzt musst du wieder durch. Jetzt musst du wieder wachsen. So funktioniert es. Einmal rundum. Noch einmal überholen, wenn man es geschafft hat, mit einem Punkt. Und jetzt kommen wir zu den Zusatzregeln. Also, so genanntes Stoppen von der Kumpelmachie. Und darf man natürlich nicht, indem man den Ellbogen rein schlägt. Man darf mit der ganzen Linie von Schultern bis Knie locken. Das sieht dann manchmal so aus. Oder mit der Schultern. Und da gibt es natürlich noch eine Regel, wenn man umgekehrt, wenn man aus dem Track raus steht, wenn man in der falschen Richtung fährt, wenn man nützlich mal den Ellbogen benutzt, dann kommt da ein Strafpunkt über. Und da kommen 30 Sekunden in den Strafpunkt. und dann haben wir auf die Schultern. So was ist das mal? Also, was? Ich hatte Tilgängel mit einem Kramschalmarkt. Was? Hahahaha